Hallo! Nächsten Sonntag feiern wir ja den Nikolaustag. Deshalb basteln wir heute eine Bischofsmütze. Der heilige Nikolaus war nämlich ein Bischof und er lebte in Myra. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Der heilige Nikolaus hat ganz viel Geld gehabt. Das hat er aber nicht für sich behalten, sondern hat es an arme Menschen verschenkt. Ein Bischof könnt ihr an drei Dingen erkennen. Einmal an den Bischofsstab, das ist so eine Art Hirtenstab. Dann an einen Bischofsring und an den Bischofshut, der sogenannten Mitra. Und so einen Bischofshut, den basteln wir heute. Für unsere Bischofsmütze brauchen wir folgende Materialien. Ein Tacker, Klebstoff, ich habe hier Flüssigklebstoff und einen Klebestift. Eine Schere, ein Bleistift zum Vorzeichnen, Filzstifte. Ihr könnt auch gerne Buntstifte nehmen. Und dann noch ein paar Sachen zum platzieren. Ich habe hier so Goldfolie und noch eine andere mit Sternen drauf. Und ein paar Edelsteine zum Bekleben. Ihr könnt natürlich benutzen, was euch am besten gefällt. Als Grundlage für die Mütze benötigen wir einen langen Papierstreifen. Der sollte 60 cm lang sein und ungefähr 30 cm hoch. Und wir brauchen eine Schablone. Diese Schablone könnt ihr euch bei uns auf der Internetseite ausdrucken. Einen Link dafür findet ihr in unserer Infobox. Als erstes legen wir unseren langen Papierstreifen und falten den genau in der Mitte zusammen. Und streichen die Falz glatt. Jetzt nehmen wir unsere Schablone, die wir ausgedruckt haben. Auf der einen Seite der Schablone steht das Wort Kleben, auf der anderen das Wort Falz. Die Seite mit dem Wort Falz legen wir genau an unsere Falz. Halten die Schablone schön fest. Nehmen uns den Bleistift und fahren genau an der Kante der Schablone entlang. Schön ordentlich. So, wenn ich jetzt die Schablone wegnehme, habe ich praktisch den Umriss der Bischofsmütze auf meinem Papierstreifen vorgezeichnet. Als nächstes schneiden wir unsere Bischofsmütze aus. Da ist es ganz wichtig, dass wir hier an der Kante, wo die Falz ist, nicht entlang schneiden, sondern wir fangen erst hier oben an zu schneiden. Jetzt haben wir hier unseren ausgeschnittenen Bischofshut. Der ist jetzt an einer Seite noch offen. Diese Seite nehmen wir und überlappen die Enden zu 1-2 cm. Nehmen wir uns unseren Tacker und tackern die beiden Enden erst mal unten zusammen. Und damit das Ganze wirklich hält, von oben auch nochmal. So, jetzt haben wir hier die Seiten zusammengefügt. Ja, und so haben wir jetzt erstmal den Bischofshut und unseren Grundzügen fertig. Ich habe hier jetzt mal zwei Streifen aus der Goldfolie ausgeschnitten. Die sind ungefähr 5 cm weit. Den ersten Streifen nehme ich jetzt und tue ihn von einer Seite mit unserem Klebestift einstreichen. So, jetzt habe ich hier meinen Goldstreifen, der von einer Seite mit Kleber bestrichen ist. Jetzt nehme ich meinen Bischofshut und klebe diesen Streifen zur Hälfte hier unten an die Kante. Einmal ringsherum. Am besten drückt ihr das ordentlich fest, damit es auch wirklich hält. Und jetzt falten wir das hier unten an der Kante, wo es übersteht. Einmal nach innen. Da müssen wir hier an der Seite ein bisschen einschneiden, damit das dann auch wirklich klappt. Am besten einfach, wenn das übersteht, abschneiden. Und nach innen umknicken. Hier ist es noch ein bisschen zu lang. Hier muss ich auch noch ein bisschen was abschneiden. Sehr wunderschön. So, jetzt habe ich unten an der Kante einen Goldstreifen. Das gleiche mache ich auf der Rückseite. Jetzt möchte ich mir in die Mitte meiner Bischofsmütze hierhin ein goldenes Kreuz machen. Dafür habe ich zwei gleich lange Goldstreifen ausgeschnitten. Dann nehme ich mir jetzt den ersten, nehme wieder meinen Klebestift und tue den von einer Seite mit Kleber einstreichen. So, jetzt nehme ich meinen ersten Streifen und klebe den hier relativ mittig auf meine Bischofsmütze. Schön fest streichen. So, jetzt habe ich den ersten Balken von meinem Kreuz. Jetzt nehme ich den anderen Goldstreifen, mache genau das gleiche, wieder von hinten mit Kleber einstreichen. Und jetzt klebe ich den quer in der Mitte über den anderen Streifen. Und wieder gut andrücke. Jetzt habe ich mein goldenes Kreuz. Ich möchte mein Kreuz jetzt noch ein bisschen verzieren und habe mir hier solche blauen Steine rausgesucht. Dann nehme ich jetzt wieder meinen Kleber und tue die Steine von der Rückseite ordentlich mit Kleber einstreichen. Und dann klebe ich jeweils einen Stein an die Enden meiner Balken vom Kreuz. Hier einmal so. Das mache ich jetzt mit allen vier Enden. Mein Kreuz ist damit fertig. Und dann klebe ich das so. Ich mache jetzt das alles. Und das ist jetzt wieder. Mein Kreuz ist damit fertig. Mir gefällt meine Bischofsmütze so, wie sie jetzt ist. Ihr könnt sie natürlich noch gemahlen mit Filzstiften oder was ihr sonst für Material hier zu Hause habt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.